Sommer, Sonne, Sandplatz-Wahnsinn. Der BCTC Grün-Weiß sorgt mit den Partien der Damen und Herren für echtes Flair. Das Niveau war sehr gut und die jungen Leute haben wirklich top gespielt und zum Glück haben wir beide Mannschaft, auf Erste und Zweite konnten wir nach den Einsen schon gewinnen, was natürlich alles beruhigt hat danach für die Doppel und war ein schöner, erfolgreicher Tag. Der erste Aufschlag des Tages gehört der Ostliga. Hier treffen die Tabellen-Nachbarn BCTC Grün-Weiß und TCOV Frierezhagen aufeinander. Genauer gesagt Laszlo Urugia Fuentes und Tom Just. Der BCTCer spielt seine Stärke aus, zieht die Zuschauer in den Bann und sichert sich schnell den Sieg. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ich finde auch so, die sportliche Richtlinie gefällt mir hier sehr gut und dass wir jetzt in der Ostliga spielen, finde ich toll und ich hoffe, dass wir das ja weiterführen können für die nächsten Jahre. Im vergangenen Jahr gelang ihm mit dem Verein die Sensation. Der Ausstieg in die Ostliga. Ein absolutes Highlight für den BCTC und seitdem geht es fast nur noch bergauf. Denn mit zwei Siegen und zwei Niederlagen belegen die Berliner aktuell den vierten Tabellenplatz. Bis Ende Juni sollen noch weitere Spiele, Sätze und natürlich Sieger eingefahren werden. Und mit der Unterstützung von Alessio Vazquez-Gerke sowie dem Neuzugang Mariano de Dura Palomero wird der BCTC natürlich 100 Prozent geben. Die Stimmung hier ist super. Alle haben mega Bock zu spielen. Außerdem schafft der Verein einen Ort, an dem der Nachwuchs im Spielbetrieb Erfahrung sammeln kann, mit den Trainern an Techniken feilt und die Vereinskultur in vollen Zügen auslebt. Wir haben eine gute Nachwuchsförderung, weil wir eben auch viel investieren, viel mit den jungen Leuten auch reden. Und wir haben hier so eine kleine Art Frühsportgruppe gegründet morgens und da konnte eben auch jeder kommen. So ergeht es auch Sebastian Heinrich, Jahrgang 2009, der als jüngster Spieler des Teams in der Verband-Oberliga aufmischt. In der Hauptstadt und in ganz Deutschland ist Heinrich kein unbeschriebenes Blatt. Immerhin wurde er schon norddeutscher Meister in der U12 und steht bei Juniorenturnieren regelmäßig auf dem Podest. Tendenz steigend. Ja, er ist toll. Ein sehr gutes Nachwuchstalent auch in Deutschland. Er steht sehr weit vorne, seine Spielweise ist sehr aggressiv. Ich glaube, wenn da ein bisschen noch körperlich dazukommt, dass er wirklich ein sehr, sehr guter Spieler wird. Neben den Herren sind an diesem Spieltag auch die Augen auf die U15-Mädchen gerichtet. Immerhin bestreiten sie ihr letztes Spiel in der Meisterschaftsklasse gegen die Zehlendorfer Wespen, bevor es für sie im Final Four um den Titel geht. Ich bin noch nicht so lange im Verein, weil ich bin jetzt die Sommersaison erst neu dazugekommen. Aber ich finde auch, alle verstehen sich gut, alle harmonieren. Ich finde das einfach auch toll. Hier noch einmal die Ergebnisse aller Mannschaften für euch im Überblick. Bei viel Sonnenschein und bester Stimmung sorgten die Herren und Damen des BCTC Grünweils für einen absoluten Sandplatzwahnsinn. Und unter uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und tschüss. Tschüss und tschüss. embroidery und Ginger.